Ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung der Dritten in dieser Reihe. Gestern hat der chinesische Verteidigungsminister das damalige Vorgehen, die Niederschlagung, also der Proteste auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking vor 30 Jahren gerechtfertigt. Er begründet das nicht zuletzt mit dem wirtschaftlichen Erfolg, der wirtschaftlichen Entwicklung seines Landes in den letzten 30 Jahren und sprach davon, es ist ein stabiles Land. Ein Land, das hat er nicht gesagt, in dem die Menschenrechte nicht gewährt sind. Wir wollen heute zurückblicken und wir wollen auch versuchen, die Gegenwart zu verstehen. Beides ist in dem Thema, was uns heute beschäftigt, nämlich die Frage der Opposition, des Verhaltens von Oppositionellen eben mit Blick auf China ein aktuelles Thema. Wir ziehen also den Bogen in die Gegenwart. Ich begrüße Sie also alle ganz herzlich. Am 4. Juni 1989 rollten die Panzer über den Tiananmen-Platz. Auf Befehl der chinesischen Regierung schlug das Militär die Protestbewegung überwiegend von Studentinnen und Studenten brutal nieder, wie viele Menschen zu Tode kamen. Darüber gibt es unterschiedliche Zahlen. Das Massaker wurde damals weltweit, nein, in der einen Hälfte der noch geteilten Welt scharf verurteilt und die DDR-Regierung begrüßte das Vorgehen Chinas und sie sendete der Oppositionsbewegung damit Das klare Signal, eine chinesische Lösung in Anführungsstrichen, wie man damals sagte, ist auch in der DDR möglich. Das jedenfalls sollte signalisiert werden. Diese Drohung gewissermaßen von offizieller Seite hat die vielen weiten Teile der Opposition in der DDR unbeeindruckt gelassen. Es gab Solidaritätsaktionen. Der Titel unserer Veranstaltung heute, Klagetrommeln für China, zeigt oder soll deutlich machen, dass es eben auch ganz ungewöhnliche, lautstarke Ausdrucksformen gab, um die Trauer auszudrücken über die Opfer und gleichzeitig den Protest auch oder den Durchhaltewillen gewissermaßen auch anzustacheln oder zu bestätigen. Wir lassen uns eben nicht davon beeindrucken. Wir wollen zunächst einen kurzen Rückblick wagen mit den Überbleibseln, die sich in Archiven fanden. Fernseharchive, Fernsehbilder werden Sie gleich sehen und Tonmaterial. Wir werden auch während der Veranstaltung Material aus der Stasi-Unterlagenbehörde einblenden, also Originaldokumente. Wir werden eine Einführung hören von Herrn Prof. Mühlhahn, den ich hiermit herzlich begrüße und Ihnen auch gleich vorstelle und dann diskutieren mit Ihnen, aber eben auch mit unseren beiden Zeitzeugen, die ich hiermit auch herzlich begrüße. Herzlich willkommen, Andreas Schönfelder und herzlich willkommen, Stefan Hilsberg. Fangen wir an mit Herrn Prof. Dr. Klaus Mühlhahn. Er ist Vizepräsident der FU, ist Sinologe und spezialisiert in seiner Forschung auf die chinesische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das wundert Sie jetzt nicht. Und er stellt diese Geschichte eben auch in globalen Kontext. Er wird gleich eine Einführung geben über das, was man heute aus wissenschaftlicher Sicht über die Vorkommnisse damals in China sagen kann. Und dann werden wir eben den gewissermaßen medialen Rückblick haben und dann in die Diskussion mit den Zeitzeugen einsteigen. Also bitte, Sie haben das Wort, Herr Mühlhahn. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich besonders, heute hier zu sein und an der Diskussion teilzunehmen, weil das ein Thema und auch ein Aspekt ist, der, glaube ich, wirklich wichtig ist und enorme Auswirkungen hat natürlich auch auf die Gegenwart. Ich wollte jetzt ganz kurz mit Ihnen die Ereignisse durchgehen des Jahres 89, wollte aber schon ein bisschen vorher anfangen. Denn um das zu verstehen, wie es eigentlich zu 1989 kam, muss man, glaube ich, mehr als zehn Jahre vorher anfangen, nämlich 1978, wenn China beschließt, wirklich weitreichende Reformen zu starten, Reformen in einem sozialistischen Land und zwar Reformen auch in einer Art und Weise und einem Ausmaß, was man bis dahin im Grunde genommen für unmöglich gehalten hatte. Es war das erste Land, das erste sozialistische Land, das beschließt, wesentliche Grundpfeiler des Sozialismus oder der sozialistischen Gesellschaft zu verändern, natürlich vor allem in der Wirtschaft. Aber dies war von vornherein eigentlich nicht nur auf die Wirtschaft zu beschränken. Deshalb sehen wir im Laufe der 80er Jahre eine Öffnung auch zum Westen, eine Öffnung zum Westen, die natürlich Technologie, wirtschaftliche Beziehungen beinhaltet, aber natürlich sehr wohl auch Ideen. Ideen im breiten Spektrum von Ideen hin von Geisteswissenschaften bis hin zu politischen Ideen, sozialen Ideen und so weiter. Die 1980er Jahre sind deshalb die liberalste Phase Chinas, ich würde sogar sagen im gesamten 20. Jahrhundert. Es findet eine unglaubliche Bandbreite an Übersetzungen statt. Die ganzen wichtigen europäischen Philosophen der Aufklärung, politische Theorien, juristische Denker, Gerechtigkeitsphilosophien und so werden alle im großen Maßstab übersetzt. Das ist eine Zeit, in der auch in China unheimlich viel Neues publiziert wird, die Leute ins Ausland reisen, die Studenten in einem ungeahnten Maß ins Ausland gehen. Das heißt, dieser Beginn der Reformpolitik 1978 setzt eine Bewegung, eine Entwicklung in Gang, die für die Partei sehr schwierig zu beherrschen ist. Es sollte natürlich alles nur auf der Wirtschaft passieren, aber im Endeffekt sehen wir in den 280er Jahren ein ununterbrochenes Pendeln zwischen Öffnung und dann aber auch dem Versuch, die von sich der Partei aus unerwünschten Wirkungen dieser Öffnung einzugrenzen und einzuschränken, indem man irgendwie immer wieder versucht, da gibt es Kampagnen gegen geistige Verschmutzung, Kampagnen gegen einzelne Schriftsteller, Kampagnen gegen einzelne Denker, die sich zu weit vorwagen. Es gibt eine Reihe von Positionen in China, die nachher wirklich Dissidenten werden, aber zu der Zeit ja auch noch angehört werden. Und ich möchte noch einen dritten Punkt dazu sagen. In der Zeit gibt es auch in der kommunistischen Partei viele Personen, die der Auffassung sind, dass eine politische Reform unvermeidlich ist. So, und das alles ist sozusagen der Nährboden für 1989. Wir sprechen also über eine Gesellschaft, die ist keine klassische, sozusagen, die ist nicht vergleichbar mit der Sowjetunion in den 80er Jahren, ist nicht stagnierend, ist nicht so erstarrt, sondern es ist eine Gesellschaft, in der wahnsinnig viel passiert, in der lebhafte Diskussionen stattfinden und in der ein kleiner Anlass dann zum Auslöser wird für die Proteste der Tiananmen-Diskussionen, nämlich der Tod eines Politfunktionärs namens Hu Yaobang. Das mag jetzt überraschen, dass der Tod eines wirklich sehr hochreinigen Partei, er war Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Auslöser werden kann für eine Demokratiebewegung. Aber es ist eben genau, wie ich vorher gesagt habe, Hu Yaobang stand für die liberalen Positionen in der Partei. Hu Yaobang war jemand, der demokratische Ansätze und Forderungen nach mehr innerparteilicher und außerparteilicher Demokratie unterstützt hat und der 1987 zum Rücktritt gezwungen wurde, weil er sich zu sehr für diese Demokratisierung eingesetzt hat. Und dessen Tod 1989 wird zum Auslöser der Demokratiebewegung, weil die ersten Studenten sich am Tiananmen-Platz versäulen und am Tiananmen-Platz des Todes von Hu Yaobang gedenken. Und aus diesem Gedenken, aus diesen Trauerveranstaltungen, entwachsen dann allmählich Forderungen, insbesondere zwei Forderungen, würde ich sagen. Die eine ist nach Demokratie, das heißt also genauer gesagt, und das sind die Studenten sich dessen sehr bewusst, nach Mitwirkung an wichtigen Entscheidungen, die die Gesellschaft betreffen. Es geht also um Partizipation. Wir sollten vielleicht bei dem Zusammenhang auch uns vergegenwärtigen, dass es sehr wenig Forderungen gibt, die jetzt danach gehen, dass man ein westliches parlamentarisches System anwendet. Das ist nicht. Es gibt viele Studenten, die dort protestieren, die noch an den Sozialismus glauben. Aber es geht ihnen darum, einen menschlicheren, einen demokratischeren Sozialismus einzuführen. Und sie wenden sich insbesondere auch gegen die autokratischen Tendenzen der Zeit und verbinden das auch mit einer Kritik natürlich der Vergangenheit. Also das ist sehr wichtig. Und die zweite zentrale Forderung ist die nach Freiheit. Und das auch ganz konkret verstanden, keine abstrakte Freiheit, sondern ganz konkret Redefreiheit, ganz konkret die Freiheit, das zu schreiben, was man möchte. Versammlungsfreiheit ist den Studierenden sehr wichtig. Das sind Sachen, mit denen sie auch konkret was anfangen können. Und es sind diese beiden Punkte, die dann langsam sozusagen in der Trauer um den Verstorbenen Hu Yabang artikuliert werden, öffentlich, die auf ersten Plakaten erscheinen, die auf gedruckten Postern erhoben werden, sodass die Bewegung von einer Trauerfeier langsam, wirklich langsam zu einer politischen Veranstaltung wird, zu einer politischen Demonstration. Und jetzt wird die Geschichte eigentlich sehr, sehr interessant. Denn diese Bewegung, diese sich langsam formierende Demokratiebewegung hat auch eine Menge Sympathie in der Bevölkerung, aber es sind im Wesentlichen Studierende, allerdings natürlich die Zahl wächst, wir sprechen am Anfang sind es ein paar Tausend, das werden in den nächsten Tagen mehrere, wächst an über 10.000, dann zu 20.000, aber es sind in der Wesentlichen Studierende. Und in dieser Situation allerdings macht die Partei, also wir sprechen die ganzen Demonstrationen, Beginn am 15. April und Ende April, gegen Ende April, am 26. April passiert Folgendes, dass das wesentliche Sprachorgan der Kommunistischen Partei, die Remmin Ribau oder die Volkszeitung, ein Editorial publiziert. Und in diesem Editorial werden die Studenten beschuldigt oder es wird ihnen vorgeworfen, dass es sich nicht um Proteste oder Demonstrationen hat, sondern um ein Tumult und dass dieser Tumult von einer, ich zitiere jetzt, kleinen Handvoll Menschen mit Hintergedanken begonnen wird. Und das ist insofern interessant, weil das natürlich für diejenigen, die der chinesischen, sozusagen politischen Idiom sich auskennen, ist das ein klarer Hinweis darauf, dass hier im Grunde genommen vorgeworfen wird, es geht um Systemumsturz oder Konterrevolutionen, ein Tumult von einer kleinen, von einer Zahl von Menschen mit Hintergedanken, der Hintergedanken kann nur sein, politischer Umsturz. Und bis dahin waren das kleine Proteste, die Studenten haben sich, wie gesagt, täglich am Tiananmenplatz versammelt. Mit diesem Editorial wollte die Partei natürlich die Unterstützung für die Studenten in der Bevölkerung abschneiden. Und jetzt kommt für mich etwas, was mit zu den faszinierendsten Momenten eigentlich des 20. Jahrhunderts gehört. Dieses Editorial bewirkt das absolute Gegenteil. Und praktisch über Nacht, am 27. April, ist die Zahl der Demonstranten von ungefähr 20.000, 30.000 auf 100.000 angestellt. Und so eine Zurückweisung, sozusagen der Regierungsrhetorik und der Regierungspropaganda durch die Menschen, durch die Studierenden, ist im Grunde präzedenzlos. Das heißt, wir stehen zu den Studenten. Und zum ersten Mal kommen jetzt auch Personen der städtischen Arbeiterschaft stoßend zu der Bewegung dazu. Es sind jetzt nicht mehr nur Studenten, sondern jetzt gibt es Personen, die sich mit ihnen solidarisieren aus der städtischen Gesellschaft. Und das heißt, jetzt werden die Demonstrationen täglich größer. Die Studierenden machen jetzt Folgendes, weil sie den Rückhalt in der Bevölkerung spüren, was dieses Editorial angeht, dass viele Menschen in China das als ungerechtfertigt finden, dass sie die Forderungen der Studierenden nach Demokratie und Freiheit teilen. Die Studierenden verlangen jetzt, stellen jetzt ihrerseits eine Forderung an die Regierung. Und sie stellen, was auch total präzedenzlos ist. Und die Studierenden fordern von der Regierung die Möglichkeit eines Gesprächs. Und zwar eines Gesprächs auf Augenhöhe. Sie sagen, wir wollen eine Gruppe Studierender schicken, die sich auf Augenhöhe mit den höchsten Vertretern der Regierung zusammentrifft. Sie denken da an den Premierminister. Und sie wollen von der Regierung eine Rücknahme dieses Editorials erreichen. Das ist eine unglaubliche Herausforderung des chinesischen Staates. Und das, wie gesagt, unter dem Hintergrund, dass immer mehr Personen zu den Tiananmen-Demonstrationen stoßen. Die Regierung lehnt das ab. Die Regierung ist nicht bereit, mit den Studenten auf Augenhöhe zu demonstrieren. Das ist völlig klar, warum. Weil man das als ein Nachgeben, ein so maßgebliches, massives Nachgeben sehen würde, dass die Regierung der Meinung ist, sie hat dann im Grunde genommen jede Autorität verloren. Es geht jetzt um die Autorität der Regierung, dass der Glaube unter der Bevölkerung aufrechterhalten ist, dass die chinesische Regierung die Macht hat, dass sie sich nicht von Studenten vorführen lässt, die noch dazu lose organisiert sind. Die Situation ist unausgeglichen, etwa von Anfang Mai bis Mitte Mai. Und am 13. Mai passiert was weiteres, als Vorgeschichte zum Tiananmen-Massaker. Am 13. Mai beschließen die Studierenden, dass sie in einen Hungerstreik treten, und zwar in Protest der Tatsache, dass die Regierung ein Gesprächsangebot verweigert. Sie sagen, wir lassen uns nicht mehr länger hinhalten. Und im Grunde kann man sagen, die Studierenden eskalieren. Und sie kommen auf einen, im Grunde muss man sagen, unglaublich wirksamen Griff, den es so gar nicht in der chinesischen Geschichte gibt, weil es gibt keine Geschichte von Hungerstreik, so wie überhaupt der Hunger in China kein Mittel des Protestes war, weil wir eine sehr arme Gesellschaft haben, die sowieso unter Hunger litt, zum größten Teil. Sie kommen also auf die Idee, einen symbolischen Hungerstreik mitten auf dem Platz durchzuführen. Und das wiederum setzt die Regierung natürlich immens unter Druck. Und es ist dann, einige Tage nach diesem Hungerstreik, dass die Regierung in der Tat das Kriegsrecht am 20. Mai sieben Tage danach verhängt, weil man jetzt ahnt, okay, das geht jetzt in eine Eskalation und Konfrontation, die die Regierung nicht mehr anders vermutlich. Ich glaube, da wird es schon klar klären können. Der Hungerstreik führt zu einer gigantischen Solidarisierung. Und wiederum, die chinesische Regierung ist sprachlos. Anstatt der Tatsache, dass jetzt Kriegsrecht verhängt wird und die Leute zu Hause bleiben, gehen, wächst die Zahl der Protestierenden von 100.000 auf eine Million an. Das heißt also, ein exaktes Gegenteil. Der Hungerstreik, man sieht, täglich wird am Fernsehen übertragen, wie die Studierenden im Grundeum schwächer werden. Damals gibt es ja noch kein Internet und kein Dings, sondern das wird über ausländische Medien sowie auch über einheimische Medien wie auch Mundpropaganda und von Mund zu Mund übertragen. Die Leute ahnen das. Und die Sympathie der Bevölkerung liegt in der Tat bei den Studierenden und die Regierung ist der Meinung, erfährt auch ganz viele Nachrichten aus der Gesellschaft. An den Memoiren von Zhao Ziyang, der damals Premierminister war, wird sehr deutlich, er sagt, er kriegt Anrufe zu Hause, wo die Leute sagen, behandelt die Studenten richtig, ihr könnt, also macht hier keinen Fehler. Er geht auf die Studenten, zuführt die Rede und die Partei ist zutiefst gespalten, wie sie damit umgehen soll. Also Zhao Ziyang ist jemand, der in der Tat dafür ist, wir müssen ein Gespräch führen, aber andere in der Regierung sagen, wollen das blockieren. So, jetzt sind wir etwa, am 20. Mai Kriegsrecht ist ausgerufen, die Zahl der Protestierenden schweigt, die Studierenden werden immer schwächer. Das ist klar, das wird sehr bald lebensbedrohlich und in dem Moment beschließt die Regierung dann zum ersten Mal, die Soldaten zu entzenden. Aber auch hier ist es in der Tat so, dass bereits am 1. Juni die ersten Soldaten nach Peking geschickt werden, aber die Bürger der Stadt Peking blockieren die Straßen und die Truppen können nicht, sind unfähig ins Stadtzentrum vorzurücken. Ich meine, das ist, also sozusagen den Widerstand, den die Partei jetzt im Laufe der acht Wochen erfahren hat, hat sich praktisch jetzt dramatisch gesteigert. Bis hin, dass normale Bürger, die haben die Busse da auf die Straße gefahren, es geschafft haben, dass sie die Soldaten abhalten konnten. Die sind auf die Soldaten zugegangen, es gibt Bilder, ich habe die damals auch gesehen, es gibt Bilder, wo die Leute, also die Bevölkerung, mit den Soldaten gesprochen haben, haben gesagt, seht ihr nicht, ihr könnt das nicht machen. Ihr könnt nicht mit Bewaffnet in die Stadt einrücken. Denn wir sind doch, das ist doch nicht Bürgerkrieg. Und in der Tat, viele von diesen Soldaten sind dann umgedreht. Sie hatten auch keine klaren Orders, Befehle, was also jetzt den Waffengewalt angeht und die Armee zieht sich zurück. Und das war die lokale Pekinger Armee. Daraufhin beschließt die Partei, andere Truppen aus dem Land einzuholen und dann am 4. Juni rückt dann die Armee in Peking ein mit den bekannten Vorfällen, dass eben die Panzer in den Tiananmenplatz rollen und es wird, wie gesagt, es wird frei eigentlich geschossen, es kommen viele Studenten um, aber auch sehr viele Menschen darüber hinaus, die eigentlich nur an den Protesten, die bei den Protesten sozusagen nahe dran waren. Es wurde schon gesagt, Sie haben es gesagt, die Zahl der Opfer ist natürlich unklar. Ja, haben Sie vielen Dank. Jetzt haben Sie uns eingeführt in diese Stimmung, die damals herrschte. Die westlichen Medien haben die Situation versucht, auch einzufangen und zu beschreiben, aber tatsächlich richtete sich gewissermaßen das Auge der Kamera erst in dem Moment so wirklich auf China, als diese Proteste niedergeschlagen wurden. Die Protestbewegung war für westliche Journalisten eben vielfach auch nicht zugänglich. Könnten wir auch nochmal darüber reden, ob das vergleichbar ist mit der Situation in der DDR oder nicht. Haben Sie vielen Dank. Ich würde vorschlagen, wir gucken jetzt tatsächlich uns die authentischen Medienquellen an, als da sind. Einmal ein Ausschnitt aus der aktuellen Kamera, dann ein Ausschnitt von Radio Glasnost. Radio Glasnost wird vielleicht nicht jedem ein Begriff sein, zumal der Sender leider seine Tätigkeit eingestellt hat. Radio Glasnost saß in Berlin-Kreuzberg, also im Westen, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, und sendete mit dem Ziel, Hörer im Osten zu informieren über insbesondere natürlich oppositionelle Tätigkeit, aber nicht nur, dass dieser Sender wäre eine eigene Veranstaltung wert. Es wurde Material, Tonmaterial in der DDR erstellt, heimlich aufgenommen, heimlich in den Westen geschmuggelt und von dort aus gesendet. Das war natürlich kein 24-Stunden-Vollprogramm, wie Sie sich vorstellen können. Unter diesen Bedingungen kriegt man so viel Material dann auch gar nicht geschmuggelt und hergestellt, vor allem. Aber eben das, was gesendet wurde, war von enormer Wirkung, weil eben die DDR-Opposition gewissermaßen damit für sich selber ein eigenes Medium in Anführungsstrichen hatte und benutzen konnte und unter hohem, natürlich hohem Risiko letztendlich wurden die Interviews, die dann gesendet wurden, auch aufgenommen. Und das dritte Tonbeispiel ist, oder Bild auch, stammt aus einer ZDF-Sendung, Kennzeichen D, auch das wird dem einen oder anderen von Ihnen nichts mehr sagen. Das war eine Sendung im westdeutschen, zweiten deutschen Fernsehen zu Zeiten eben, als es auch noch keine Privatsender gab. Also er hatte noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als das ZDF vielleicht heute manchmal hat. Eine Sendung, die sich mit Dingen jenseits des eisernen Vorhangs befasste. So, ich würde sagen, Ton ab oder Bild ab. Genug der, des Medienkonsums, war ja auch so ein bisschen ein Rückblick auf die Fernsehgeschichte. diese Art der Präsentation ist uns ja inzwischen doch ein wenig fremd geworden. Ich darf Ihnen unsere beiden Zeitzeugen vorstellen. Eigentlich bräuchte ich sie nicht vorzustellen, weil sie nicht unbekannt sind. Ich tue es trotzdem. Bei uns ist Stefan Hilsberg. Stefan Hilsberg war lange Zeit in kirchlichen Friedenskreisen aktiv. Ich verlese jetzt keine langen, ausführlichen und detaillierten Biografien, sondern fasse es ein bisschen unlauter zusammen. Herr Hilsberg war Gründungsmitglied der SDP, also der Vorläuferpartei der Sozialdemokratie in der DDR, gegründet, also am 7. Oktober 1989. Er war dann, um noch einen Blick nach, auf die Zeit nach dem Ende der DDR zu werfen, von 2000 bis 2002 parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister und von 2005 bis 2007 stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Schön, dass Sie da sind. Da ergibt sich auch, dass Sie Bundestagsabgeordneter waren natürlich. Auch das habe ich jetzt mal ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Und bei uns ist Andreas Schönfelder. Herrn Schönfelders Geschichte ist eng verbunden mit dem Begriff der Umweltbibliothek, die ja nicht nur in Berlin saß, sondern eben gewissermaßen auch ein Ableger beziehungsweise Sie hatten eine eigenständige Umweltbibliothek gegründet, in Ihrem eigenen Wohnzimmer eingerichtet. Sie waren aktiv in verschiedenen Initiativen, unter anderem im sozialen Friedensdienst und in der Friedensbewegung der DDR unter dem Label Schwerter zu Flugscharen. Sie sind selber Wehrdienstverweigerer, Kriegsdienstverweigerer gewesen und haben auch andere Verweigerer beraten. Sie gründeten den offenen Friedenskreis Groß-Hennersdorf und sie bauten eben, ich sagte es schon, seit Mitte der 80er oder Ende der 80er Jahre eine eigene Umweltbibliothek nach dem gewissermaßen Vorbild oder dem Muster oder so, wie das in Berlin war, auf. Und nach 1989 waren sie vier Jahre lang Kreisrat, stellvertretender Bürgermeister und Stadtrat in Herrenhut und die Umweltbibliothek, wenn ich es richtig sehe, in Groß-Hennersdorf gibt es immer noch. Schön, dass Sie beide da sind. Lassen Sie uns einen Blick zurück aus Ihrer Sicht werfen. Wie haben Sie von dem, was sich in China tat, überhaupt erfahren? Wollen Sie anfangen, Herr Schönfeller? Wir haben, ja, wir teilen uns die Mikrofone. Nehmen Sie es aber bitte. Einfach sprechen. Ja, also 1989 war ja eigentlich fast von Anfang an ein besonderes Jahr und also die, die sich zur Opposition zugehörig fühlten, waren ja elektrisiert, weil die SED offenkundig seit zwei, drei Jahren schwächelte und wir haben gedacht, das ist vielleicht unsere Chance, Boden gut zu machen. Aber es war natürlich nicht klar, ob wir überhaupt eine Chance dazu haben würden. Also es war ein ständiges Austarieren, wie der Rahmen der Freiheit neuerdings aussieht, welche Zugeständnisse wir sozusagen bekommen werden, was der Preis sein wird. Wird es Repressionen geben in einem Ausmaß, dass sozusagen auch unsere Demokratiebewegung sozusagen erstickt werden könnte und so weiter. Also der Prozess, der ging, denke ich, hatte einen ziemlichen Vorlauf, das muss man erwähnen in der DDR, also es war die Biermann-Ausbürgerung oder eben auch der polnische Papst, der nach Polen reiste und sozusagen vor zwei Millionen Menschen in einer Messe sagte, fürchtet euch nicht, es gab Solidarnisch darauf und es gab in Ungarn also sozusagen auch einige Entwicklungen und man muss sich nicht nur unsere Bewegung, Opposition und Widerstand gegen die SED-Herrschaft sozusagen als Kinder dieser Entwicklung sehen, sondern auch die chinesische Demokratiebewegung, auch die haben nach Polen geschaut und nach Ungarn und haben vor allen Dingen nach Moskau geschaut, zu Gorbatschow wie wir auch, der hat die eigentlichen Freiräume eigentlich geschafft und niemand wusste eigentlich, wie weit er bereit ist zu gehen. So kam es dann eben auch in China zu ähnlichen Entwicklungen, also die Arbeiter gründeten dann auch Vorformen von freien Gewerkschaften und so weiter und das war das Bedrohungsszenario insgesamt für die chinesische Führung und Können Sie noch mal von der weltpolitischen beziehungsweise der Gesamtsituation kommen auf das, wie Sie es erlebt haben? Also wir haben jetzt ja schon gemerkt, die Medien, die Informationen transportieren über das, was in China so los war, waren ganz andere als heute. Also wie haben Sie Wir hatten ja, ich komme aus Großhennersdorf, das liegt im Dreiländereck, Polen, Kirche in Deutschland, also tatsächlich in der interessantesten Region des sogenannten Tals der Ahnungslosen, wie die meisten meinen, aber Deutschlandfunk gab es dort und Deutschlandfunk war natürlich unsere wichtigste und die Informationsquelle, der wir am meisten vertrauten, so, dass wir eigentlich immer ganz gut informiert waren. Außerdem war schon Anfang der 80er Jahre, also die Deopposition viel besser vernetzt, als das die Forschung bisher sozusagen erforscht hat und es war also nicht so, und außerdem war es in der DDR die längste Zeit egal, ob man die Sachen zwei Tage später bemerkt hat oder nur einen Tag später, es war also etwas gemächlicher, die überwiegende Zeit, aber dass wir hochpolitisiert waren und also ständig auch analysiert haben und uns versucht haben darüber zu unterhalten, was das für uns bedeutet, für unsere Aktivitäten und für unsere Möglichkeiten sozusagen bogen gut zu machen, also das war, da war dieses Ereignis natürlich ein ganz Wichtiges, weil wir tatsächlich damit gerechnet hatten, dass es Teile gibt in dieser SED-Führung, die bereit wären durch Gewalt sozusagen alles das, was es an Öffnung gab, zurückzuschrauben. Stefan Hilsberg, möchten Sie das ergänzen, aufnehmen, wie hat es auf Sie gewirkt? In dem Filmausschnitt hat der Pfarrer Kretschell gesagt, es gab eine erhöhte Nervosität, das war ja in dem Moment auch eine authentische Aussage, erhöhte Nervosität der staatlichen Organe und er ging so weit zu sagen, der Dialog, den wir gerne führen würden, ist damit gefährdet. Naja, über die Aussage von Kretschell habe ich mich gewundert, muss ich ehrlicherweise sagen, ich hatte gar kein Interesse an einem Dialog mit der SED, ich wollte, dass die weg ist, also dass dieses ganze System weg ist. Also ich meine, die Ereignisse auf dem Platz des himmlischen Friedens sind ja auch der beste Beweis dafür, dass unter der Herrschaft einer Einparteienregierung eine wirklich demokratische Veränderung gar nicht möglich sind und wenn man irgendwo die Erfahrung der DDR-Zeiten des gesamten Warschauer Paktes auf einen Nenner bringen kann, heißt es, dann würde ich das immer gleiche sagen, unter Einparteienregierung, unter totalitären Systemen ist mit mit echten Reformen, die in Richtung Demokratie gehen, eigentlich nicht zu rechnen. Insofern war Gorbatschow die große Ausnahme. Also wenn Sie mich fragen, welche Stimmung damals geherrscht hat, das sind ja sehr unterschiedliche Stimmungen. Das eine war, dass in der DDR in den Jahren davor, also spätestens ab 88, quasi spürbar der Zerfall der Macht der SED mit Händen zu greifen, weil man spürte, wie ihnen die Macht, wie sozusagen, wie trockener Ostseesand oder Spielkastensand zwischen den Fingern zerrann, also gerade 89 und das war das eine. Nun waren wir im Einflussbereich von Gorbatschow und der zog mit unglaublichen Reformen da voran und beendete den Kalten Krieg. Also das war, wenn man das reflektierte, in der Tat ein Epochenwechsel, der sich da ankündigte und der für uns eine ungeheure Perspektivmöglichkeiten dann plötzlich eröffnete, wovon man also ja ganz selten mal wirklich träumen kann, was man hoffen kann und in China sah das anders aus. China war nicht der Einflussbereich von Moskau, also das war ganz klar, das war nicht, die gingen ihren eigenen Weg und wie bei all diesen mutigen Demonstrationsbewegungen, die es ja auch im Ostblock gegeben hat, also in Warschau hat es die, in Prag hat es gegeben, hatte man solche Sachen mit einerseits gespürt, welcher Zauber da drin liegt, also was diese Leute für einen Mut haben, aber was sie auch gewinnen müssen, was das bedeutet für die eigene Freiheit und die eigene Lebenswirklichkeit, da plötzlich mutig zu sein, die eigene Meinung zu sagen, dem Staat zu widerstehen, aber eben auch permanent die Angst, wie wird dann das ausgehen, wie wird dann das ausgehen und wir reflektierten das, wir sahen, das wurde ja permanent hier in den Westmedien ja auch sozusagen drüber und solidarisch war ich immer bei den Studenten, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass die chinesische Führung die Chance, die sich ihr hier bot, nämlich tatsächlich den Weg zur Demokratisierung weiterzugehen, wirklich würde nutzen können, also da hätte auch sehr, sehr viel dazu gehört, sie hatten seinerzeit einen ganz anderen Weg eingeschlagen und mir tat das weh, was da kam und jetzt wissen wir ja, dass das nicht nur eine Frage der Studenten war, so ist das 89 hier sozusagen rübergekommen, reiner Studentenprotest, inzwischen wissen wir und das haben sie auch deutlich gemacht, dass das im Grunde um das ganze Volk erfasst hatte und für die kommunistische Parteien China ist es offenbar ums Ganze gegangen und dann sahen sie sich gezwungen sozusagen das Militär zu nutzen und als das passierte, als das passierte, da war das so eine Mischung aus Empörung, großen Zorn und unheimlich viel Trauer, die man sozusagen mitgespürt hatte, die wir hier auch gespürt haben in der DDR und man stand sozusagen, wir standen an der Seite dieser Studenten, die wollten etwas, was wir auch wollten und ich habe sehr, sehr mit ihnen mitgefühlt, das ist so ein Moment, was du in der DDR immer wieder erleben konntest, den ganzen Sozialismus, dass plötzlich Hoffnung in sich zusammenfällt, richtig in sich zusammenfällt und dann muss man aber sagen, wir waren damals schon in einem Zustand, 89, dass diese Art von Resignation, die da aus China rüberschwappte, uns nicht mehr erfasste, sondern da hatten wir dann schon das Gefühl, nee, wir werden uns hier nicht einschüchtern lassen, erst recht nicht von diesen lächerlichen Drohgebärden von jemandem wie Egon Krenz, der dann da hinreist oder dem, was die aktuelle Kamera da macht, die DDR-Führung war zu diesem Zeitpunkt ein Schatten ihrer selbst und die konnte noch so viel tun und sagen, hier, sie finden das gut, dass die da Militär und so weiter einsetzen, das zeigt ja nur, wessen Geistes Kind die sind, aber dass sie wirklich die Macht dazu hatten und dass sie das wirklich wagen würden und dass das vor allen Dingen der DDR und der Macht der DDR helfen würde, davon bin ich lange nicht mehr ausgegangen. Inwieweit lösten die Bilder Furcht aus? Wir können vielleicht an dieser Stelle, Herr Griebe, mal einspielen, die Folie 13, ich stamme auch aus einem anderen Jahrhundert und spreche von Folie, das ist dieser Holzschnitt oder dieser Linol-Schnitt, der, wie ich finde, ja, also viel sagt über die Stimmung, aber eben doch auch zeigt ja Trauer, wie Stefan Hilsberg eben gesagt hat. Das ist meine Frage, inwieweit lösten die Bilder von den Panzern auch Furcht aus? Ich habe das etwas anders in Erinnerung. Bei unseren Lageeinschätzungen, also denen, die ich sozusagen mit, ja, ernst nehmen musste, gehörte es, dass also, ich glaube, ab 87, 88 in der DDR, also bei den paramilitärischen Einheiten, aber teilweise auch in der Armee, also so ein Prozess vor sich ging. Also bei Betriebskampfgruppen? Kampfgruppen und so weiter, aber auch in der Armee, also ein Prozess, wo ich ging, also der sozusagen daran erinnerte, wie man sich auf den neuen Tag X vorbereitete. Also dann wurden Kampfgruppen, Kommandeure, so wurde uns das übermittelt, also konfrontiert damit, ob sie dann im Ernstfall bereit wären, auch Wachen einzusetzen gegen das eigene Volk. Wer das also nur in Zweifel zog, der musste seinen Platz räumen. Es war schon lange so, dass in den Offiziershochschulen, also in Oberlausitz waren drei Offiziershochschulen an vier Standorten, immer davon auszugehen war, dass die fünften Kolonnen diesmal gleich umgebracht werden. Also das haben die Offiziersschüler gelernt und die wurden auch sehr indoktriniert. Also wir wussten, dass sie dann auch späterhin also mit völlig falschen Informationen sozusagen versorgt werden, um aggressiv im Einsatz sich zu verhalten. Also wir haben gedacht, dass der Tag X ihnen praktisch ein wichtiger Tag ist. Also der Tag, die Macht zu verlieren, vor dem haben sie sich gefürchtet, der 17. Juni 1953, der Wahl spielte bei uns nicht so eine Rolle. Wir haben diese Kausalität vielleicht nicht so gehabt, aber dass sie die Macht abgeben, konnten wir uns nicht vorstellen und schon gar nicht friedlich. Zumindest haben wir gedacht, dass es einige gibt in diesem Politbüro, die das sich nicht vorstellen können. Und es war die große Frage, wie werden sich die Sowjet-Truppen verhalten? Wie wird sich Gorbatschow verhalten? Also wird er diesmal sozusagen zuschauen, wenn sich ein Machtwechsel andeutet, der sich ja im Grunde genommen von Polen her vorbereitet, nicht aus der DDR. Das ist ja eine falsche Vorstellung, dass wir in der DDR die Kraft aufgebracht hätten. Die Polen waren kurz einen Schritt davor. Und Honniger konnte sich nicht durchsetzen, sozusagen dort einzumarschieren. Also den Warschauer Pakt sozusagen davon zu überzeugen. Das haben wir in der Grenznähe auch gespürt. Also schon die ganzen 80er Jahre, wo de facto eine Mauer errichtet worden ist, war das immer evident. Also das haben wir immer bedacht. Natürlich haben wir gehofft, dass sich die durchsetzen, die wir nicht kennen. Also Kommunisten, die sozusagen ihre Macht einfach so abgeben. Sowas konnten wir uns ganz wenig vorstellen, aber wir haben immerhin gehofft, dass es vielleicht einen Kredit gibt oder irgendetwas. Ja, Stefan Hilsberg. Na ja, na ja. 4. Juni 1989, da waren doch die ersten freien Wahlen in Polen schon gewesen. Und die kamen damals in meinem Institut, ich habe in der Charité gearbeitet, ein kleiner Programmierer, nach dem Tag der Wahlen zu meinen Kollegen, da begrüßten die mich Freude strahlen, hast du schon gehört, die Kommunisten sind in Polen unter die 5-Prozent-Hürde gegangen. Also das war gewissermaßen die Reaktion, das reflektierte man sehr genau. Die Ungarn sprachen ganz offen über ihre Öffnung und wenn mich nicht alles täuscht, hatten sie auch das erste Mal die Mauer schon aufgemacht, sozusagen dann auf Intervention der DDR wieder geschlossen. Gorbatschow hat derlei Propaganda, wie sie lächerlicher Art hier von Krenz und dem DDR-Fernsehen gemacht wurde, ja nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob er sich von der Gewalt distanziert hat, aber Gorbatschow hat immer darauf Wert gelegt, dass es keine Gewalt geben darf. Jetzt fahre ich mal ein bisschen zurück. Jetzt fahre ich mal ein bisschen zurück von der, aus heutiger Sicht natürlich gemacht, ist nicht heutiges Sicht, ist damals nicht gesicht, aber kommen wir auf das damals noch konkreter. Und es gibt noch ein paar andere Sachen. Nämlich mit folgender Bitte, dass wir doch mal darauf kommen, wie die Oppositionskreise, denen Sie jeweils angehörten, reagiert haben. Das ist, glaube ich, jetzt das, was wir noch mal genau, das ist die Chance, dass wir Sie bei uns haben, dass wir das genau in den Blick nehmen. Was für Forderungen schlossen sich an? Was für Reaktionen gab es? Was für Diskussionen gab es? Auch nach dem, nach diesem 4. Juni? Also wir haben, wir waren im kleinen Friedenskreis, sie schossen ja damals wie Pilze aus dem Boden in der Gemeinde meines Vaters, meine eigene Gemeinde, eine Golgatha-Gemeinde in der Nähe vom Nordbahnhof. Und uns gab es erst seit Anfang 88. Also ich war nicht lange da in der Friedensbewegung, zwei Jahre maximal. Und die Stimmung war aber allgemein empörend und ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob ich der Initiator war. Ich glaube das, sagten, wir lassen uns hier nicht einschüchtern, wir machen eine Protestresolution. Die können wir jetzt auch kurz einspielen, nämlich das ist Folie 9 und 10, wenn ich das richtig sehe. Das ist eine lustige Geschichte mit dieser Protestresolution, ja. Die wurde auch kurz erwähnt eben in dem Filmbeitrag. Herr Hilsberg muss die Chance nutzen, sie selber anzugucken, weil er sie zu Hause nicht gefunden hat, wenn ich das verraten darf. Ja, ja, ich habe einmal in den Unterlagen geguckt, ja, ja, ja. Fünfter, sechster, ja, ein Tag später, das war für unsere damaligen Verhältnisse schon eine Leistung, relativ schnell mit einer solchen Erklärung rauszugehen. Ich hatte dann den Job übernommen, diese Erklärung in der chinesischen Botschaft sozusagen zu überbringen und ich fuhr dann mit meinem kleinen blauen Trabi, Trabi, kommi, unser Familienauto, mit etwas mulmierendem Gefühl in Richtung Pankow und dann bin ich da, in der Ferne sah ich sozusagen diese Botschaft schon und plötzlich sah ich, dass da lauter Polizisten um den Eingang drum herum stehen, sozusagen einen Kordon bildeten und ich sah auch das, was da in dem Bericht war, zu hören war, nämlich, dass da ein Ello stand, ein Ello war, ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen, so eine Art Kleinlaster, ein beliebtes Transportinstrument für die bewaffneten Organe war dieser Ello und ich würde mal sagen, heutzutage vielleicht ein 8-Tonner oder sowas, ein Auto und eine Qualchen Ladefläche, wo man drauf sitzen konnte und die schmissen, als ich da in diese Richtung Botschaft fuhr, gerade so einen jungen Mann rauf, der so ähnlich aussah wie ich, da habe ich gedacht, das tust du dir nicht an. Also, das war es mir dann doch nicht wert. Also, wegen dieser Erklärung wollte ich nicht möglicherweise inhaftiert werden, also, das wäre den Preis nicht wert gewesen und dann bin ich mutig, wie ich war, mit meinem Auto an diesem Polizeikotton vorbeigefahren und habe meine Erklärung in den nächsten Briefkasten geworfen und man hat es so viel genutzt, dass ich jetzt hier mit einem Beamer an die Wand geworfen werden kann, also als zeitliches Dokument. Also, so ist das seinerzeit gewesen und vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung, die hatte zwei Funktionen, diese Erklärung, die wir da sofort machten, nämlich, das eine ist, eine innenpolitische wie eine außenpolitische. Das außenpolitische ist, das ist heutzutage auch genauso wichtig, wie es damals war, deutlich zu machen, dass man an der Seite derjenigen steht, die für Demokratie sind und die deswegen unterdrückt und umgebracht werden. Das ist ganz, ganz wichtig, das muss gemacht werden. Und das Zweite ist aber, deutlich zu machen, dass die Propaganda, die die DDR hier gerade machte, nämlich, wir werden auch Gewalt anwenden und kuscht mal schön und haltet die Klappe, dass die nicht verfangen wird. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Also, das war, und deshalb war es so wichtig, dass man da an dieser Stelle auch so schnell reagierte und ich denke, beides hat auch funktioniert. Also, abgesehen davon, dass sich die, die damit verbundene Botschaft, wir werden Gewalt anwenden, nun wirklich nicht ernst genommen habe. Also, das ist etwas im Unterschied. Ich glaube, die DDR war nicht mehr in der Lage, dass sie sich das hätte leisten können. Also, das war mein damaliger Eindruck. Ja. Herr Schönfelder, wir haben auch von Ihren Redaktionen ein Beispiel. Der Herr Griebe ist schwer gefordert und zwar ist es wohl bei 15, 16, wenn ich jetzt richtig sehe. Gibt es da? Genau. Auffällig war da also eine Sache, die ein Mädchen hat also erzählt, dass derjenige, der sie befragt hat, bekrittelt hat, dass also in der DDR die Todesstrafe abgeschafft worden ist. Ich fand das also ganz geil, dass in China Todesstrafe zurzeit in ist und das ist eine Maßnahme, die also notwendig ist, um gewissen Sachen in die Spitze zu nehmen und ist in der DDR versäumt worden, sich darüber gründlich Gedanken zu machen. Also, es war seiner Meinung nach ein Fehler, dass die Todesstrafe in der DDR abgeschafft worden ist. Eine andere Sache, die mich also eigentlich erschüttert hat, war, dass ich also ein Gespräch miterlebt habe, wo Polizisten wahrscheinlich in der Einheitsarchitektur ihres Gebäudes einen Schacht entdeckt hatten, der also vergittert war und der Meinung war, also der hätte, der könnte also in Zukunft zu einem Tigerkäfig um umgestaltet werden für den Fall, dass also alle Verwahrraumzellen gefüllt sind. Und es machten sich dann eine ganze Reihe der Polizisten über diesen guten Einfall lustig. Können Sie sagen, Herr Schönfelder, wie es zu dieser Tonaufnahme gekommen ist? Na, ich war auf dem Weg zu dieser Demonstration und bin aber vorher noch in Prenzlauer Bergen oder Kopenhagen bei Rex Gülze oder Rex Jorswisch vorbeigegangen. Also, das ist der Chef einer damals ziemlich bekannten Band Herbst in Peking gewesen, muss man sagen. Also, die hatten eine Woche vorher bei einem Konzert in Potsdam eine Schweigeminute eingelegt für die Opfer auf dem Tiananmen-Platz und haben ihre Spiellizenz verloren und ich habe versucht, am Frühstückstisch sozusagen die davon zu überzeugen, dass eine gute Gelegenheit wäre, mit nach Pankow zu kommen. Und so kamen wir, die sind dann mitgekommen, zwei, und wir sind etwas später dann sozusagen eingesammelt worden. Es gab noch genug Zivile, die in uns... Also, eingesammelt heißt von der Staatssicherheit in der Zeit. Genau, also wir sind an denselben verwahrt gekommen. Also, Berliner wussten auch nicht so ganz genau, wo wir da waren. Also, es waren meines Erachtens mehr als 50. Es hat sehr lang gedauert, also bis ich zum Verhör kam, hat es also Stunden gedauert. Also, wir mussten da die ganze Zeit mit Händen so an der Wand stehen. Es gab ständig oder in Abständen Schläge und es war eine sehr hochgradig aggressive Stimmung. Also, jeder Einwurf, der wurde sofort geahndet. Und dann war das nicht so, wie ich das hier gesagt habe. Das war ein Tag darauf, als ich das gesagt habe. Ich stand wahrscheinlich noch etwas unter dem Eindruck und habe etwas langsam gesprochen. Aber es war so, dass ich dann zu einem Verhör kam und der Verhörer, der sagte mir, Entschuldigen Sie, also, die Todesstrafe ist ja in der DDR, wie Sie wissen, abgeschafft worden. Jetzt müssen wir uns hier unterhalten. Und da dachte ich, ich habe noch nie so einen Einstieg. Ich war wirklich sehr oft auf Revieren, also im Laufe der Jahre. Aber das war der interessanteste Einstieg, den ich erlebt habe. Und ich dachte, mal sehen, wo wir da landen werden. Und dann kam das mit den Tigerkäfigen und das war auf dem Weg in die Schleuse. Da muss man sich vorstellen, da stand dann so ein Schiguli und der fuhr ab, wenn drei. Die Schleuse, wir müssen das nochmal wirklich vor Augen führen, den Anwesenden. vielleicht die Schleuse als der gewissermaßen schleusenerartig konstruierte Eingang. Genau. Also da stand dieses Auto, also hinter einem im Tor und vor einem im Tor. Zum Untersuchungsgefängnis. der Staatssicherheit. Raus. Raus. Genau. Raus, aber immer noch in der Schleuse. Aber in der Schleuse drin und wir wurden nicht entlassen, sondern wir wurden in ein Auto gesetzt. Und das, wir hatten, ich hatte also kein Zeitgefühl mehr, das kann vielleicht 24 Uhr oder so gewesen sein. Und dann haben wir eine Fahrt gehabt, die gefühlt Stunden ging. Also die haben uns gefahren, also geht das jetzt links oder fahr mal rechts jetzt. und also wir haben uns nicht unterhalten. Wir waren zu dritt und zwei Polizisten. Wir haben gedacht, die fahren uns in den Wald oder nach Hohenschönhausen. Und das hat sich aber dann aufgelöst. Also wir sind dann in Berlin-Buch gelandet und das hatte im Grunde genommen, wenn das überhaupt einen Sinn hatte, also schon eine Einschüchterung alles. So hat das einschüchternd hat das gewirkt. Und wir haben gedacht, das ist so ein Paradigmenwechsel. Also jetzt ist so eine Sache gekommen, wo manche jetzt einfach aggressiver auftreten, um zu sagen, also wir sind hier die Autorität, die lassen wir uns nicht nehmen, schon gar nicht von euch. Und das hat aber den Sinn, dass die letzte S-Bahn also sozusagen weg sein sollte. Man ist dann in Berlin-Buch, ich bin dann irgendwie in die Stadt reingelaufen, Taxi konnte man dann nicht sozusagen rufen und bin dann wieder in die Kopenhagen, aber 15 gegangen und die anderen waren schon da und dann haben wir kurz geschlafen und dann kam es irgendwann dann am Vormittag, haben wir uns dann insgesamt getroffen zu einer Auswertung. In Tittau gab es auch, das wollte ich vielleicht noch erwähnen, dieses Klagedrommeln, das gab es also in vielen Kirchgemeinden in der DDR, also vor allen Dingen dort, wo regelmäßig jede Woche Fürbitt-Gottesdienste stattfanden. In Tittau war das immer an einem Mittwoch und da gab es dann auch ein Transparent und das wurde in der Öffentlichkeit, also es gab jemanden, der da auch sozusagen trommeln konnte und das hat alle eigentlich tief bewegt und was da so an Bildern kam und wenn es dieser Propagandafilm war, das hat uns schon gezeigt, dass das kein, nicht unbedingt ein Spaziergang sein muss, der da vor uns noch steht. Wenn man sich überlegt, was die Opposition damals wollte, Sie haben das jetzt immer erwähnt, so en passant, Herr Mühlhahn hat aufgeführt, die chinesische Opposition hatte zwei, im Wesentlichen zwei Forderungen, nämlich das Gespräch auf Augenhöhe, also nicht irgendwie gleich System abschaffen oder so, sondern erstmal überhaupt gehört werden wollen. Was hatte es bei Ihnen für Diskussionen gegeben, was wollten Sie in diesem Moment von der SED, außer dass keine Gewalt geübt wird? Na, also ich würde schon sagen, dass was Stefan Hilsberg gesagt hat, wir haben uns jetzt nicht einschüchtern lassen, wir haben nur eben registriert, dass es sozusagen eine Art Eskalationsstufe gibt oder wir jetzt plötzlich Zeugen sein und sind die Demonstrationen und das, was wir dabei erlebt haben, das haben wir natürlich dann übermittelt und das haben das anderen mitgeteilt und haben gesagt, also das können jetzt sozusagen veränderte Voraussetzungen sein und wir müssen ja trotzdem weitergehen, also das war eben jetzt die Situation, sich zu vergegenwärtigen, dass das kein Spaziergang sein wird. Ab jetzt könnte es schwierig sein und es müssen alle mit allem rechnen. Also das Exempel statuiert werden, das ist also nicht so wie die chinesische Lösung, das hat niemand gedacht, es hat von uns, glaube ich, niemand gedacht, dass die Russen praktisch wie zum 17. Juni mit 14 oder 17 Divisionen in das Land einmarschieren, aber dass manche freie Hand haben und das nicht alles mehr sozusagen reguliert ist, dass manche vielleicht aus Angst heraus also so agieren und dass Blut fließen könnte, das mussten wir jetzt einfach einrechnen und haben das auch eingerechnet. Jetzt geht es eben so weiter. Also ich habe niemand jetzt erlebt, der da gesagt hat, jetzt müssen wir aber jetzt vorsichtiger werden oder und man muss noch eben wissen, es gab vorher also durch Honecker einige Zeichen, die er der Bevölkerung gegeben hat. Er hat also Georgesco, den Karl-Marx-Orden verlieren, also der hat den wirklich schlimmsten Verbrechern, hat er nochmal mit ihnen Hof gehalten, also er hat auch zur albanischen KP Kontakt aufgenommen und sowas, das war unfassbar, also da hat man jetzt nicht gedacht, dass der nochmal klug wird im Leben und diese ja sage ich jetzt mal Situation war vielleicht auch sozusagen eine, wenn man das im Nachhinein sieht, eine, wo wir nochmal robuster geworden sind, also vielleicht auch noch etwas energischer, aber das will ich nochmal sagen, rückblickend muss man sagen, es gab die letzte Lageeinschätzung, also das war der Hintergrund im Oktober der Staatssicherheit, es gab nur 3700, die die Staatssicherheit oder die SED als besonders gefährlich, es gab im Dunstkreis dann vielleicht nochmal 3000, bleiben wir mal bitte bei der Frage, ich will nur sagen, wir wussten zu diesem Zeitpunkt also noch nicht, dass es große Demonstrationen in Leipzig geben wird, also wir waren so klein, wie wir immer waren, es gab überhaupt keine Mobilisierung oder sowas, die Ausreise, die Leute, die gehen, das waren die, also ich hatte plötzlich einen Fahrer in dieser Zeit, also der meinte, mich überall hinfahren zu müssen, damit sein Ausreiseaussuchen sozusagen dann befördert wird, weil er in der Nähe von so einem gefährlichen Menschen wie mir das macht, so das war die Situation, alles andere kam etwas später. Stefan Nelsberg, wie haben Sie es empfunden und nochmal meine Frage auch inwieweit hat diese Forderung nach Demokratie, nach Teilhabe, von der Herr Mühlern sprach, dieses Gespräch auf Augenhöhe, was die chinesischen Protestierer eben wollten, sie auch beeinflusst oder sie sagten, okay, das ist jetzt vielleicht auch völlig aussichtslos, so etwas anzustreben, weil wir eben gesehen haben, wie die in Agonie befindlichen Systeme reagieren. Also, ich hatte nicht den Eindruck, dass das chinesische System in Agonie lag, überhaupt nicht. Das sah man da, da ging wirtschaftlich ja die Post ab, auch in der damaligen Zeit, also das war ja eine der Hauptziele der Deng Xiaokingschen Reform und so weiter, die Liberalisierung erstaunlich, kommunistische Parteien so ein komitalistisches Modell sozusagen realisieren kann, aber deshalb ist es ihnen ja gelungen. Ich war damals ein Suchender, und ich habe die ganze Zeit gegrübelt, richtig gegrübelt, was man machen kann, denn mir war völlig klar, Protest alleine reicht nicht. Du musst ein politisches Konzept haben, mit dem du erstens die Macht der SED in Frage stellen kannst und eine Alternative aufbauen kannst und dafür brauchst du auch ein paar Leute und du brauchst ein Konzept, um die sich diese Leute da scheren können. Es gab natürlich ein oppositionelles Spektrum und das war sehr viel größer geworden und es war mutiger geworden und die waren auch alle couragiert, also es waren total tolle Leute, ich war sehr froh, dass man mit denen zusammenarbeiten konnte, aber ich fand so gut wie nie jemand, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt mal etwas, dem du folgen kannst und ich selber fühlte mich eigentlich nicht in der Lage, es war aber klar, ich wollte keine kleinen Reformen, ich wollte keine Demokratisierung unter der Ägide der SED, also das wäre das Letzte gewesen, denen hätte ich nicht über den Weg getraut, also diesen ganzen Kommunisten habe ich nicht über den Weg getraut, also da war mir immer klar, angesichts der Propaganda, wenn die das Heft in der Hand behalten, dann ist das alles nur Fassade und Fassade darf es nicht sein, wir brauchen eine freie und offene Gesellschaft, also war völlig klar, die müssen weg vom Fenster, aber wie man das jetzt macht und mit wem man das zu tun hat, war eine ganz andere Frage und deshalb, ich weiß, ich stand in den Freibiedern unter der Dusche und überlegte die ganze Zeit, was kann man machen, also du bist dann sozusagen produktiv tätig und versuchst etwas und ich persönlich für mich habe damals kaum eine Lösung gefunden, also das änderte sich erst, als ich diesen Aufruf zur Gründung einer Sozialdemokratischen Partei las und das war erst Ende August, also drei Monate später, aber die Stimmungslage war eine andere, die Stimmungslage war so, die können mich nicht und die können mich, also man ist ja auch, man hat geradezu gespürt, dass in der DDR etwas jetzt möglich war, was vorher so nicht möglich war, die Macht des Staates zog sich sichtbarlich zurück und das war auch im Juni schon spürbar, deshalb war das ja so lächerlich, was sich da sozusagen mit dieser Propaganda abgespielt hatte, aber ich war nicht derjenige, der ein ganz klares Konzept hatte und wie das jetzt weitergeht, ich hatte allerdings auch das Gefühl, die Tage der DDR sind gezählt, hängt übrigens mit Görlitzer Erlebnissen zusammen und ich spürte und ich war der Meinung, dass wenn die SED-Macht zusammenbricht, wird es zur deutschen Einheit kommen, nicht, dass ich sie gewollt hätte, emotional, das kann ich nicht sagen, aber ich hatte die feste Überzeugung, das wird zur deutschen Einheit kommen, weil was soll dann an die Stelle der DDR treten, wenn an dieser Stelle die Macht in sich zusammenbricht, so weit war ich, das ist gar keine Frage und ich war auch nicht dagegen, dass das passiert, ich hatte nur das Gefühl, eigentlich musste doch das Land zuerst mal demokratisch, muss da zuerst eine Frage sehen, die deutsche Einheit löst doch das Problem alles nicht, also in etwa so war die Gemengelage, in der ich mich befunden habe, Sie können, Sie sehen also, hier steht nicht jemand vor Ihnen, der sozusagen mit einem großen Heilenschein der Meinung war, er hätte immer schon gewusst, wo das alles hingeht, der Meinung war ich wirklich nicht und in dieser Position war ich auch nicht, es gab welche, die das hatten, das muss ich sagen und das waren nicht nur wenige hundert, das waren vielleicht zwei oder drei Leute, die sich da, die da über eine ganz klare Perspektive im Juni verfügten, also mehr war es nicht. Ich bin Ihnen sehr dankbar, insbesondere auch für das schöne Bild im Freibad unter der Dusche stehen, ich glaube, das ist sehr plausibel, dieses Bild, nein, machen wir mal einen Schnitt, ich würde nämlich gerne kommen auf die Frage, wie, Herr Mühlhahn, ist ja nicht nur Dekoration hier, entschuldigen Sie, dass Sie so lange jetzt gewartet haben, aber die inner DDR-Bewegung dazu wollten wir Sie jetzt auch nicht zwingen, dazu irgendwas zu sagen, aber die Frage ist doch, wie dann 1989 die Dinge rückwirkend, also was für eine Rückwirkung es dann in China hatte, da sind Sie nun wiederum gefragt. Ich möchte vielleicht noch, ich gehe gleich auf die Frage ein, ich möchte noch einen anderen Punkt aufgreifen, was auch in der Diskussion gerade rauskam, es ist natürlich wirklich interessant, diese massive Fehlentscheidung der DDR-Regierung, die auch deshalb ja ein bisschen unverständlich ist, weil die Beziehungen zwischen der DDR und China so großartig nicht waren. Ich meine, zwischen 1960 und 1980 gab es de facto für 20 Jahre keine Kontakte, von 80, 86 ist der Honecker-Besuch, aber die Beziehungen zur DDR sind viel weiterentwickelt, wirtschaftlich ist nicht so, also es ist eigentlich relativ, es gab gar keine Notwendigkeit seitens der DDR, man war ja nicht in einer großen Allianz, also das ist glaube ich nochmal eigentlich interessant in diesem Zusammenhang und dann natürlich die Rückwirkungen sind natürlich massiv und ich sage jetzt mal, wir im Westen in der BRD und ich war damals Student, da gab es ja viele Personen, die dann auf die Entwicklungen hier geschaut haben in der DDR und die These war vom Ende der Geschichte, es gibt keine, die ganze Welt wird sich jetzt in Richtung Demokratisierung entwickeln, es ist ein unaufhaltsamer Prozess, aber der Beispiel China sieht, dass man in China ganz andere Schlussfolgerungen daraus gezogen hat, für die chinesische Regierung war es eigentlich so, die Entwicklung in Osteuropa war eine Bestätigung dafür, dass man 1989 richtig gehandelt hat, dass es zwar ein Fehler war, also im Sinne von ein Verbrechen, das glaube ich, das Bewusstsein war sicherlich da, aber dass wenn man es nicht getan hätte, wäre eine Entwicklung wie in Osteuropa unerbindlich gewesen und für chinesische Führung ist ja heute noch Gorbatschow eigentlich einer der größten sozusagen Verlierer, dem man sich vorstellen kann. Das heißt auch, wenn ich das noch kurz den Gedanken zu Ende führen darf, die Entwicklung, die wir heute in China sehen, hin zu im Grunde dieses starke autoritäres System, die Entwicklung der ganzen präventiven Maßnahmen, der Überwachung, aber auch der Fokus auf Wirtschaft, das sind alle Schlussfolgerungen, die man zieht in China aus der Beobachtung der Ereignisse hier. Ja, ist das nicht sehr die staatliche Perspektive, die Sie jetzt reflektieren? Also ich meine, wenn ich das mal so sagen darf, China steht keineswegs so rosig da, wie es sich immer gerne darstellt. Zwar hat es enorme Wachstumsraten, die es jetzt offenbar nicht mehr halten kann, aber im Grunde ist das alles nur nach ohne Monetisierung. Die haben 300 Millionen Landarbeiter, die leben im größten Elend, die haben eine wahnsinnig soziale Spannung, sie haben permanent lokale Aufstände, sie haben Korruption im Land. Wie wollen Sie das alles ohne Rechtsstaat, ohne starken Staat und letztlich ohne Demokratie lösen? Also im Grunde, für meine Begriffe ist ja damals 1989 folgendes passiert, diese Öffnungsbewegung, die Sie ja hatten, da lag ein Zauber drin und den haben Sie verloren und Sie haben Ihre alte totalitäre Fratze wieder gezeigt und Sie haben die Chance, dass Sie wirklich sozusagen eine echte Erneuerung machen, die der Zukunft des ganzen Landes und der Gesellschaft dient, eigentlich verpasst. Im gewissen Sinne ist das sozusagen, natürlich ist da Geschichte passiert und Sie können da auch nicht dran hinter zurück, das ist so etwas wie der Hitler-Stadien-Pakt für die spätere Sowjetunion. Eigentlich müssen Sie damit aufräumen, wenn Sie denn wirklich Ihre Zukunft bewältigen wollen. Also hierzulande gibt es ja immer mal Leute, die träumen von einem starken Mann oder so, weil die glauben, die Leistungen dieses Landes seien alles viel besser, aber das ist ja im Grunde genommen auch nicht zu vergleichen, was da gewissermaßen passiert. Und natürlich, die sind auch in einer völlig anderen Lage und für mich, muss man sagen, der entscheidende Unterschied zwischen Gorbatschow, der sich eben auch auf den Weg nach Erneuerung gemacht hat und China besteht darin, für Gorbatschow war völlig klar, keine Gewalt, da Gewalt und Militär darf nicht eingesetzt werden und partnerschaftliches Umgehen ist die Grundlage für die Lösung unserer Probleme, sowohl innen- wie außenpolitisch. Und genau das ist das Moment, wo die Chinesen sagen, machen wir nicht, uns geht unsere eigene Macht über alles andere und die Folgen hat ja nicht nur das eigene Land zu tragen, sondern die gesamten internationalen Spannungen, die wir haben, was wird aus Taiwan und so weiter, wie geht das da gewissermaßen weiter, das kann uns ja alles nicht kalt lassen. Zumal das Stichwort Menschenrechte natürlich nicht nur ein Stichwort ist, wobei Sie jetzt nicht in die Rolle kommen sollen, die chinesische Regierung zu verteidigen. Nein, nein, aber ich stimme, ich bin da ja absolut zu und dieses ungelöste politische Problem ist natürlich völlig klar und ist schon richtig, ich habe ja nur, es ging ja darum, was ist die Rückwirkung nach China sozusagen in der Art und Weise, wie die Partei oder wie die Herrschenden sozusagen ihre Schlussfolgerung daraus gezogen haben und dass es dort viele ungelöste Probleme gibt und insbesondere auch die Bearbeitung des Tiananmen-Vorfalls natürlich ungelöst ist und dringend erfolgen ist, stimme ich absolut zu. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon trotzdem auch noch sagen, was in China passiert ist über die letzten Zeiten 89, hat keiner für möglich gehalten. Also mit dem, es ist ja immerhin, also es ist dort und es ist auch im Grunde genommen so, dass wir, es ist auch, also das ist die Erklärungen davon, ja, die wir dafür haben, natürlich auch ein Stück weit gar nicht so weit reichen, weil eigentlich hätte es so sein sollen, dass man an diesen ungelösten politischen Problemen scheitert und es kann auch noch sein, das stimme ich zu, aber man kann nicht ignorieren, was dort auf der anderen Seite passiert ist und was den Erwartungen widerspricht, die wir hatten und nicht nur in China. Es war nicht vorstellbar, dass es ohne die Menschenrechte, die Lösung der Menschenrechtsfrage eine solche Entwicklung überhaupt geben würde, aber das sagt sicherlich mehr über uns und unsere Selbstfixiertheit aus als über die Entwicklung. Überhaupt, ich meine die Rückkehr des Autoritarismus, also es ist eben so, die Wahrheit ist, also dass wir gedacht haben, das demokratische Modell wird diese Attraktivität entfalten, dass die Welt folgt und wie wir es drehen und wenden, das ist nicht passiert. Bevor wir jetzt die Weltlage insgesamt erörtern, würde ich mal darauf hinweisen, dass es durchaus auch ein Saalmikrofon gibt oder wir teilen eins unserer Mikrofone mit Ihnen, weil Sie mutmaßlich auch Fragen haben und herzlich eingeladen sind, diese auch loszuwerden und müssen sich nicht an die Analyse der Weltlage heute richten, sondern natürlich vor allem an unser eigentliches Thema, die bisher, wenn ich das richtig sehe, auch meinetwegen ein bisschen und zu kurz gekommenen Klagetrommeln selbst, also die Fragen, wie überhaupt Protest in der DDR möglich war. Aber wer weiß, was Sie interessiert, bitte sehr. Wenn Sie fragen, haben wir das der Moment, diese zu stellen? Sonst, es ist auch wirklich warm. Habe ich durchaus auch gemerkt, dass, wie haben Sie eben gesagt, Herr Schönfeller, die Pferde werden unruhig, dass Sie das Mikrofon schon so im Anschlag haben, dass Sie etwas loswerden wollen. Es gibt ja einiges dazu zu sagen. Also man kann ja auch unzufrieden sein, neuerdings. Also zum Beispiel mit der China-Politik auch Deutschlands. Also ich habe manchmal in den letzten Jahren den Eindruck und vor allen Dingen, nachdem Trump Präsidenten Amerika geworden ist, dass China der bessere Freund jetzt wird von Deutschland und der EU. Und das ist ein Trend, den kann ich fast nicht gut finden, weil ich und nicht nur ich beobachte, dass China also nicht nur etwas, sondern auf dem Weg, nicht in ein autoritäres, China war immer autoritär, in eine totalitäre Diktatur geht und zwar eines neuen Typus. Und das ist schon sozusagen sehr befremdlich, wenn man davon ausgeht, dass man in Deutschland sich seine Freunde noch aussuchen kann. Also wenn China sozusagen das ganz große Thema ist, um unseren Wohlstand abzusichern, also sozusagen die innere Konfiguration der Bundesrepublik Deutschland sozusagen zu retten, dann sind wir, glaube ich, auf einem falschen Weg. Und das würde ich natürlich hier auch zur Diskussion stellen. Wäre vielleicht eine andere Diskussion, als uns eigentlich heute aufgegeben ist. Wollen Sie mal kurz den Herrn in der zweiten Reihe zu Wort kommen lassen, der sich nämlich mit einer Frage oder einer Ergänzung zu Wort gemeldet hat. Gleich. Ja, ich möchte vorab sagen, ich fand das hochinteressant zu hören, wie zwei Bürgerrechtler die damalige Entwicklung erlebt haben. Wir sind ja hier in der Stasi-Zentrale. Und ich würde mich sehr interessieren, ob man etwas darüber weiß, wie im engsten Führungskreis der SED, auch hier in diesem Hause, diese ganze Entwicklung diskutiert worden ist. Waren die hochgradig alarmiert oder, ich meine, dass Sie das nicht gut fanden, liegt auf der Hand. Aber weiß man darüber etwas? Könnten Sie darüber etwas vielleicht sagen? Also, Sie waren hochgradig alarmiert, die von Herrn Schönfelder erwähnten Inhaftierungen zeigen es, dass man nicht nur alarmiert war, sondern auch zur Tatschritt und die, das Ministerium für Staatssicherheit durchaus auch willens und in dieser Situation in der Lage war, Macht zu demonstrieren und Einschüchterungsversuche zu wagen und so sicher, dass das Ganze zu einem Ende kommen würde und die SED-Spitze sich nicht würde halten können, war es im Juni 89 natürlich nicht. Möchten Sie das ergänzen, wie Sie es wahrgenommen haben, dass die Behörden mehr als nervös waren, sondern durchaus auch einsatzwillig? Sie haben die Kampfgruppen erwähnt? Die Behörden waren sowieso nervös, also auch ohne diese chinesischen Ereignisse. Also Egon Krenz hat im Fernsehen nach seinem China-Aufenthalt wieder diese Filme mitgebracht und hat ausdrücklich gesagt, dass die Chinesen richtig gehandelt haben. Und es war aber auch der Reformer Hans Motrow in China und es war also der Hoffnungsträger sozusagen des gesamten Westens auf eine Demokratisierung der DDR. Also uns hat es beunruhigt, für die war es vielleicht ein Hoffnungsschimmer. Wir können das Dokument 14 mal anschauen, wenn Herr Griebel das einspielt. Das ist ein Schreiben Mielkes nach den Protesten und dem Trommeln eben auch vom 10. Juni zur Lage in der DDR. Ich lese das mal vor, die verstärkte Verleumdungskampagne westlicher Massenmedien im Zusammenhang mit den jüngsten Entwicklungen in der Volksrepublik China, insbesondere den entschiedenen Maßnahmen zur Niederschlagung des konterrevolutionären Aufruhrs in Peking, haben zum Ansteigen provokatorisch demonstrative Handlungen feindlich negativer Kräfte gegen die Maßnahmen der chinesischen Partei und Staatsführung sowie gegen Einrichtungen und Bürger der Volksrepublik China in der DDR geführt. Also man interpretiert es gleich, wie man es gewissermaßen haben möchte. Man liefert der Parteispitze auf diese Art und Weise auch Argumentationsmuster und das ist sozusagen die Wirkung Stasi intern nach oben, nach unten ist die, die es ja durchaus auch gab, also hart durchzugreifen. Die Führung dieses Hauses war höchst gradig alarmiert. Ich überblicke nicht die gesamte Aktenlage aus der damaligen Zeit. Sie waren nicht besorgt wegen der Panzer in China, das kam ihnen eigentlich eher zu Pass. Sie waren vielleicht besorgt, dass sozusagen ein Stück dieses Demokratieimpulses der Proteste dort in China hier rüberschwappen könnte, aber ich glaube, die großen Sorgen musste man sich machen. Sie hatten sich Sorgen gemacht, sie mussten sich es morgen machen über das, was aus Moskau passiert. Und es gibt ein Politbüro-Protokoll, da fällt jener bemerkenswerter Satz, ich weiß nicht von welchem Politbüro-Mitglied, da sagte er plötzlich etwas zu viel sein. Normalerweise kommt der Feind, der imperialistische Feind immer aus dem Westen, jetzt kommt er aus dem Osten. Das war die Wahrnehmung und in dieser Zeit war die DDR schon isoliert, im Grunde isoliert. Also Gorbatschow hatte sich abgewandt, er hatte ganz deutlich gemacht, also dieses Festhalten an den stalinistischen Größen und so weiter, das liegt mir nicht. Irgendjemand von euch muss auch Glasnost und Perestroika machen, das führt sonst in die Irre. Das war das eine, Polen machte sich auf einen demokratischen Weg, Ungarn öffnete die Mauer und so weiter. Also das war die Lage, in der man sich befand. Hinzu kam die gesamte wirtschaftliche Krise und die Fluchtbewegung, die wir seinerzeit hatten, die pfiffen auf dem letzten Loch. Also das war das Problem der SED und das war auch zu spüren und deshalb meine ich auch, dass das an der politischen Wahrnehmung der Situation etwas geändert hat. Denn was wäre denn der DDR passiert, wenn sie ähnlich wie China ihre Truppen hätten, natürlich hätten sie es machen können, vielleicht hätten sie 10.000 oder 20.000 gefunden, die geschossen hätten, vielleicht hätten sie das gefunden. Aber sie hätten doch trotzdem von niemandem Geld gekriegt, vom Westen sowieso nicht und von Russland, die ja noch bankrotter waren als wir, erst recht nicht, die hatten nichts mehr zu der damen Zeit. Also da lag keine Zukunft drin. Und dann darf man nicht vergessen, der Kalte Krieg war zu Ende und das war auch in der DDR bekannt. Die SS-20 wurden verschrottet. Das erste Mal hat es substanzielle Abrüstungsverhandlungen gegeben über die Langstreckenwaffen von Reykjavik. Also die Existenzgrundlage für diese Art von kommunistischen Systemen, das wir in der DDR hatten, war mit Gorbatschow zu Ende gegangen, schlicht und einfach. Also wenn man das durchdachte. Und insofern spürt, es war Hilflosigkeit zu spüren. Das muss ich mal sagen, Hilflosigkeit. Wir haben eine nächste Wortmeldung. Mitter ist mein Name. Ich möchte das mal hervorheben, was Herr Schönfeller hier so präzise und so genau gesagt hat. Und ich glaube, dass es doch eines deutlich macht. Wir wissen nichts von China. Wir wissen nicht die ideologische Entwicklung. Wir wissen die ganzen Zusammenhänge nicht. Wissen Sie, wenn man chinesische Filme aus den 70er oder 80er Jahren sieht, dann wird ein Westeuropäer nichts damit anfangen können, weil er, sie sind ihm völlig fremd. Wissen Sie, so ein Dissident wie Huawei oder der macht vielleicht im Westen Karriere. Aber in China selbst, Sie können mich selbst korrigieren, wird er überhaupt nicht wahrgenommen. Über den lacht man. Er macht sein Geld in Europa und er ist zweifellos. Ich will seine Tätigkeit nicht in irgendeiner Weise herunterspielen. Aber er ist losgelöst von den Chinesen. Er hat nichts mehr mit China zu tun. Und deshalb, dass der, die Spaltung zwischen China und Deutschland, die ist meines Erachtens sehr, sehr gut in Herrn Schönfellers Statement hervorgetreten. Und was ich noch zu Herrn Schönfeller sagen möchte. Wissen Sie, Sie haben eines sehr, sehr gut gesagt. Die politische Opposition in der regional, in der DDR ist überhaupt nicht erforscht. Wissen Sie, Großhernersdorf lag in der Nähe von Herrnhut. Und das, keiner wird das so genau wissen. Aber Herrnhut war eine religiöse Gemeinde, die wohl einzigartig in der DDR war und die zweifellos auch die Möglichkeit gehabt hätte, reformerische Aktivitäten zu entwickeln. Aber Herr Schönfeller, sagen Sie doch mal, wie hat Herrnhut sich gegenüber ihren Aktivitäten verhalten? Also ich wüsste nicht, dass Herrnhut sich mit unseren Dingen beschäftigt haben. Das ist, glaube ich, eine erschöpfende Antwort, die wir so stehen lassen können. Und dann würde Herr Mühlhahn gerne noch aufgreifen, ihren prägnanten Satz, wir wissen nichts von China. Das stimmt natürlich eigentlich fast immer, dass wir zu wenig über China wissen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir nichts wissen, aber wir wissen viel zu wenig. Wir müssten mehr wissen. Aber ich wollte noch was anderes sagen, weil das wirklich interessanter Punkt ist. Was ist aus der Demokratiebewegung, die wie gesagt, die wirklich substanziell war in China und die im Grunde, was die Zahl der Menschen angeht, die damals 89 protestiert haben, insgesamt in Hunderten von Städten und alleine in Peking mehrere Millionen. Also das ist schon beachtlich. Was ist daraus geworden? Und es ist natürlich sicherlich so, dass viele ins Ausland gehen mussten als Dissidenten, dass diese Demokratiebewegung wirklich leider, muss man sagen, mit einem gewissen Erfolg niedergeschlagen wurde, dass sie nachher in den letzten 30 Jahren nie wieder sich so entwickeln konnte. Aber es ist auch richtig, dass es in China nichtsdestotrotz, und das konnte man auch jetzt gerade in den letzten Tagen lesen, immer wieder Versuche gibt es eigentlich, sich zu erinnern, das Ganze aufzuarbeiten. Jetzt sind Leute, jetzt sind zum Beispiel Fotos wieder veröffentlicht worden von jemandem, der sie 30 Jahre zurückgehalten hat, weil sie gesagt hat, wir müssen die Erinnerung daran wachhalten. Also sie ist, es ist eine Minderheit vermutlich, weil sie auch, weil eben die Möglichkeiten auch so sehr begrenzt wurden, aber es existiert auch in China noch, dieser Wunsch oder die Artikulation nach Demokratie. Der Herr Weißnehmt hatte sich nochmal gemeldet und dann Sie. Darf ich meine Frage vielleicht ein bisschen präzisieren? Es hieß ja damals, es gibt die Gefahr der chinesischen Lösung. Nun hat Herr Hilsberg gesagt, dafür hatte die DDR gar nicht mehr die Kraft. Das kann sein, das kann aber auch nicht sein. Und was mich interessieren würde, gibt es eine Quellenlage, die darauf hindeutet, dass man im engsten Führungskreis nach dem 4. Juni gesagt hat, schaut man her, die chinesischen Genossen, die haben das richtig gemacht. Und wenn es hier wirklich kritisch wird, dann werden wir diesem Beispiel folgen. Also das ist ja im Kern die Frage. Wie wurde das diskutiert? Im engsten Kreis? Sie haben jetzt noch etwas zum Mikrofon gegriffen. Was wir damals nur geahnt haben, das wissen wir ja heute, dass die SED-Führung sich natürlich vorbereitet hat auf so einen Tag X. Es wurden also flächendeckend Isolationslager vorbereitet und die letzte Maßnahme oder die Lageeinschätzung vom Oktober wohl 1989, die besagte, dass laut der letzten Einordnung also ca. 74.000 Menschen sozusagen zu repressieren sind. Also 3.700 kommen in Isolationslager sozusagen als Kerngruppe. Dazu also noch vielleicht 7.000, die in enger Beziehung zu denen stehen und der Rest kriegt also eine 24-Stunden-Überwachung. Und da haben zum Beispiel, muss ich dann den Reformer Motro wieder erwähnen, der hat noch Ende September sozusagen dafür geworben, dass jetzt endlich die vorbereiteten Pläne umgesetzt werden. Honecker wollte das auch und dann ist er entmachtet worden, weil es aus Sicht von Grenz und von anderen einen anderen Weg gab, vielleicht Kredite. Aber die haben natürlich, ein Flügel hat das gewollt. So lagen die eigentlich gar nicht so falsch, Obacht zu geben. Und was man natürlich noch wissen muss, das wäre in guter stalinistischer Tradition auch zippenhaft passiert. Also es wären Frauen, Kinder, wären alle mit abgeholt worden. Also diese Frage geht natürlich weit über das hinaus, was wir heute kompetent beantworten können, weil wir keinen Historiker, der sich konkret mit der Staatssicherheit auf die Dinge, die Ereignisse von Jena Men beschäftigt hat, unter uns haben. Insofern ist es jetzt ein bisschen gewissermaßen, sprengt es etwas den Rahmen. Ihre Frage ist natürlich nichtsdestotrotz völlig berechtigt und ich will die auch nicht abbügeln. Zum einen können Sie auf dem Laptop, über den Herr Griewe da verfügt, noch andere Dokumente als das, was wir eben, was wir hier eingespielt haben, angucken, aus denen unzweifelhaft hervorgeht, dass die Staatssicherheit sich anfing vorzubereiten. Die von Herrn Schönfelder genannten Internierungslager sind das eine, dann die schon erwähnten Inhaftierungen und Verhöre das andere. Wir müssen uns, glaube ich, nochmal vor Augen führen, dass die Staatssicherheit oder dass auch die SED-Spitze von diesem emblematischen Bild, da rollen Panzer oder da sind Menschen auf der Straße, die protestieren und dann muss man mit Panzern da reagieren. Das weckte eine Assoziation an 53 und da gibt es tatsächlich, das haben wir jetzt, glaube ich, nicht parat, aber da gibt es Protokolle aus Sitzungen der Partei und Staatsführung, wo genau das auch so benannt wird. Also wieder die Erinnerung an den 17. Juni, da gehen Arbeiter gegen uns auf die Straße. Aber das können wir jetzt nicht im Einzelnen und so, dass es historisch wasserdicht ist, Ihnen hier vorführen. Das würde den Rahmen sprengen. Stefan Hilsberg hat sich trotzdem gemeldet und der Herr hier vorne. Ganz kurz, diese Frage, die Sie stellen, ist natürlich die Frage im Grunde, im Wissenssinn die Frage aller Fragen. Sie rührt natürlich auch an die innere Verfassung oder Verfasstheit der DDR selbst, die ja erstens kein souveräner Staat war und fest eingebunden an dieses System und die vieles nicht hat machen können, ohne dass die Sowjetunion okay dazu gegeben hat. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, war widersprüchlich. Es ist nicht so, dass die SED-Führung nicht durchaus auch noch mal Gewalt angewendet hat. Der 7. Oktober, gerade hier in Berlin, war massiv mit Polizeigewalt. Andererseits, zwei Tage später, der 9. Oktober in Leipzig, den viele als einen Wendepunkt in der Friedlichen Revolution empfinden, da traut sie sich dann nicht mehr, Gewalt anzuwenden. Da gibt es dann diesen berühmten klassischen Satz von dem MFS-Offizier in der runden Ecke, wo man sagt, jetzt sind sie rum, jetzt brauchst du auch nicht mehr zu schießen. Es ist vorbei und die hatten die ganze Zeit darauf gewartet, dass Egon Krenz aus Berlin das Okay gibt, der seinerzeit der Diensthabende im ZK-Gebäude war, was jetzt das Außenministerium ist. Also es ist etwas widersprüchlich, diese damalige Zeit und es nützen ihn auch nicht die Akten alleine und durch die SED-Führung war sich völlig im Klaren darüber, dass sie nicht alleine handeln kann. Und Gorbatschow hat in der ganzen Zeit, auch bis dahin, nicht ein einziges Mal an seiner Botschaft rütteln lassen, dass er die osteuropäischen Staaten in die Selbstständigkeit entlässt. Und er hat das konsequent durchgezogen, bei jedem einzelnen Fall. Und er wäre, das muss man sagen, das ist auch sozusagen eine Frage der Wahrnehmung. Und wir waren ein Teil dieses sowjetischen Ostblocks, die DDR. Und warum sollte er hier an dieser Stelle anders handeln? Also die SED-Führung war in einer ganz fürchterlichen, letztlich Dilemma-Lage. Und das macht auch die Hilflosigkeit aus. Und wie gesagt. Mitleid brauchen wir nicht zu haben. Nee, Mitleid braucht man wirklich nicht zu haben. Eigentlich kannst du froh sein. Hören wir die letzte Frage. Bitte sehr. Mein Name ist Tui und ich bin von der Deutschen Welle. Ich bin Journalist. Und meine Frage geht eigentlich auch mal so an diese Pekinger Lösung an. Und weil Günther Schabowski hat vor zehn Jahren in seinem Buch mal so einmal geschrieben oder einmal behauptet, damals hat tatsächlich mal so in der Führungsetage von SED so eine Rolle gespielt, dass die Pekinger Lösung ganz wahrscheinlich zu einer internationalen Blamage von DDR führen könnte. Und das wäre, also weil die SED-Führungsetage so ein Bedenken hatte oder gehabt habe, also so behauptet. Und deswegen hat man so in Leipzig am 9. Oktober nicht mal zu dieser Pekinger Lösung zugegriffen. Wie glaubwürdig meinen Sie, es ist diese Behauptung von Günther Schabowski. Und meine zweite Frage an beiden Herren von der damaligen DDR-Oppositionsseite. Wie groß die Sorge von Ihnen war damals um diese Pekinger Lösung? Also haben Sie sich große Sorgen gemacht, dass die DDR-Führungsetage tatsächlich mal so auf diese sogenannte Pekinger Lösung zugreifen würden? Ich halte die Überlegung von Schabowski für einigermaßen realistisch. Die DDR war alleine, sie war ja bankrott. Und denjenigen, die einigermaßen kundig über die Zahlen waren, war völlig klar, dass sie mit eigenen Kräften diesen Bankrott nicht würden abwenden können. Sie waren auf internationale Zusammenarbeit angewiesen, also im weitesten Rahmen. Jeder Form von Militäreinsatz hier im Herzen von Europa hätte sozusagen ihre Isolation und die ausweglose Situation, in der sie sich befunden haben, noch weiter verstärkt. Das ist aber nicht die einzige Frage, die man an diesem Zusammenhang stellen muss, denn das ist die Frage der Vernunft. Ob Sie aber auch in der Lage sind, dieser Vernunft auch wirklich zu folgen, das ist in der Tat eine ganz andere Frage. Das ist noch nicht alles, finde ich, auch wirklich historisch durchleuchtet, was da wirklich ist. Ich bin der Auffassung, aber ich ganz subjektiv, dass die DDR sich darüber bewusst war, dass sie kein souveräner Staat ist. Dass sie letztlich sich in allen wichtigen Fragen die Sowjetunion das letzte Wort immer vorbehalten hat. Sie war abhängig bis auch in solche Fragen hinein und sie kriegte keine entsprechenden Botschaften. Wenn sie gewollt hätte und wenn die internationalen Bedingungen andere gewesen wären, wenn Moskau kein Gorbatschow an der Macht gewesen wäre, sondern ein Stalinist, wenn der Putsch vorher gewesen wäre, dann ist es durchaus realistisch, dass sie hier hätten die Panzer rollen lassen. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Herr Schönefelder. Na, ich kann mich da jetzt nur wiederholen. Ich habe vorhin gesagt, wir kamen uns genau in dieser Zeit einfach nicht so stark vor. Es gab keinen wirklichen Aufwuchs in der DDR-Opposition in dem Maße, wie wir das hätten vielleicht uns wünschen mögen, wie er dann zwei Monate später eingetroffen ist. Das neue Forum war noch nicht gegründet, also sozusagen eine Sammlungsbewegung. So was gab es alles nicht. Das war konzipiert Anfang des Jahres, aber niemand wusste, wie das umgesetzt wird. Also es gab schon Fragen. Aber wenn mir es gestattet ist, noch mal in die Gegenwart zu kommen. Also heute haben sich ja in der Neuen Zürcher Zeitung hat sich, also ich glaube Nummer 5 auf der Fahndungsliste damals in einem langen Interview zu Wort gemeldet. Und das sind die ernstzunehmenden Sachen. Also was nützt uns das jetzt mit der Geschichte uns so zu beschäftigen, dass wir im Grunde genommen die Zeichen der Zeit nicht erkennen. China strebt eine Weltmachtposition an, baut überall auf der Welt, beginnt Militärstützpunkte zu gründen und wird energischer und mobilisiert sozusagen Kräfte. Also sind Entwicklungen wie vielleicht in Russland. Und das beunruhigt schon. Und da China aus meiner Sicht ein kommunistisches Land ist, kann ich also darüber nur so beunruhigt sein, dass man wirklich auch seine Politiken überdenken muss. Also wir brauchen nicht so viel Plaste, als dass uns das egal sein kann, wie es um unsere Freiheit bestellt sein wird. Das ist ein Schlusswort eigentlich, aber ich verstehe, dass Sie, der Sie nun auch etwas zu kurz gekommen sind, weil wir uns gestützt haben auf die DDR, Ihre Einschätzung dazugeben, dann ist das ein runder Abschluss. Ich will nur sagen, die Pekinger Lösung ist so, das habe ich ja versucht zu argumentieren, ich meine, die Pekinger Lösung war eigentlich sehr stark umstritten in Peking, in der Führung. Das darf man nicht vergessen. Und es sind jetzt gerade auch vor ein paar Wochen neue Dokumente rausgekommen, die zeigen, wie intensiv die Diskussionen waren. Und die Entscheidung ist eigentlich in letzter Minute in einem ganz kleinen Kreis getroffen worden. Das heißt also, so dass es da große Szenarien oder Planungen gab, gab es nicht. Und man würde denken, dass auch in der DDR so etwas auf jeden Fall selbst nur intern umstritten sein hätte müssen. Also das wollte ich sagen. Und zum zweiten Punkt haben Sie natürlich recht. Ich meine, das Problem, ich bin da sozusagen ein bisschen dazwischen. Einerseits können wir natürlich sehen, dass China so bedrohlich ist, aber es ist auch richtig, weil wir angesprochen haben, dass aufgrund der ungelösten Frage der Politik, Politik, dass aufgrund der ungelösten Demokratiefrage natürlich das Land auch eigentlich wahnsinnig schwach ist. Also ja, es ist ein Widerspruch. Mit einem Widerspruch an dieser Stelle zu enden gefällt mir. Wir haben über Widersprüche geredet. Wir haben ein bisschen, früher gab es den Begriff Krämologie, weil man ja so rätselte, was denken diese hermetisch abgeschlossenen Führungszirkel. Wir haben Ostberlinologie in diesem Sinne sozusagen betrieben. Wir können gleich Ihnen vielleicht noch ein paar Tipps geben, wo Sie das genau nachlesen können, wonach Sie suchen. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen für Ihre Geduld bedanken. Ich möchte mich bei Ihnen, Herr Schönfelder, bei Ihnen, Herr Hilsberg, bei Ihnen, Herr Professor Mühlhahn, herzlich bedanken. Ich habe auch die Freude und Aufgabe, Sie auf die nächste Veranstaltung unserer Reihe hinzuweisen. Am 4. September gibt es die nächste Veranstaltung unter dem Titel Der Weg in die Freiheit, die Botschaftsflüchtlinge in Warschau, Prag und Ostberlin. Also ein anderer destabilisierender Faktor, der heute auch immer mal wieder erwähnt wurde. Und dann darf ich Sie noch auf etwas hinweisen, was jetzt unsere Gastgeber Ihnen anbieten. Die Robert-Hafermann-Gesellschaft lädt ein zur Zeitzeugenführung durch die Open-Air-Ausstellung unten. Da ist es ein bisschen luftiger zwischen den aufgestellten Stählen. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Die Ausstellung trägt den Titel, Sie sind schon beim Kommen dran vorbeigekommen, Revolution und Mauerfall. Treffpunkt ist unten im Foyer. Und Frau Kampfmeyer von der BSTU bietet eine Führung durch die Ausstellung hier im Haus an Einblick in das Geheime. Da ist der Treffpunkt beim Pater Noster. Beide Führungen dauern etwa eine halbe Stunde, würde ich denken, halbe, dreiviertel Stunde maximal. Und wir möchten Sie bitten, nichts in diesem Raum zurückzulassen, weil der Raum geleert wird und nicht bewacht ist. Genau. Vielen Dank.